moin moin und ganz herzlich willkommen zurück zum tutorial und wir fliegen heute im zweiten teil der moon landung natürlich auch mal zum moon und machen dann eine landung das heißt jetzt geht es los das allererste worauf ihr achten solltet ist srs an und dann drückt sicherheitshaber noch mal z damit der schub auf jeden fall voll nach oben geht und dann starten wir und wir sollten eigentlich sofort so ein blinken bekommen weil wir nämlich unsere testmission abgeschlossen haben das klicke ich mal kurz weg so und jetzt geht es erst mal relativ steil nach oben das ist auch eine ziemlich gute sache wir müssen nämlich gucken dass wir höhe gewinnen mit dieser rakete damit unsere triebwerke effizienter werden was wir einleiten können ist dann so ein ganz leichter gravity turn schon mal leider kann die pilotin ihn jetzt nicht von von hand fliegen so und da wir jetzt doch ganz gut schwung drauf haben nämlich ein bisschen schub raus im moment damit wir nicht zu schnell werden wir werden nämlich viel luftwiderstand durch dieses fairing hier erfahren das ist ein relativ dicker brocken den wir auf der rakete drauf haben und ich lasse jetzt erstmal die booster kurz arbeiten drehe dabei die rakete ganz ganz sanft in richtung der 45 grad neigung rüber die wollen wir so bei ungefähr zehn kilometer erreichen so und jetzt kommt separation und ich gehe mit z wieder auf vollschub damit die rakete auch weiter an geschwindigkeit gewinnt ihr habt gesehen wir haben ganz kurz speed verloren aber es baut jetzt auch wieder auf und ich drehe die rakete weiter damit wir jetzt unseren gravity turn haben und sind jetzt die zehn kilometer durch das heißt wir haben eine gute höhe langsam erreicht auf der wir uns bewegen und haben jetzt mit den triebwerken noch gute 700 delta wie die wir raus fliegen können insgesamt 5633 delta wie ihr seht die bauen nur sehr langsam ab weil es im moment halt so ist dass wir mit jedem meter höhe den wir gewinnen einfach auch mehr delta wie gewinnen da unsere oberen stages doch deutlich effizienter sind so unsere neigung hier hat uns schon mal auf gut 22 kilometer hoch gebracht ich hoffe das ist nicht zu flach vom ansatz her müsste aber eigentlich ganz gut reichen mit der geschwindigkeit die wir noch raus geholt haben und dann gucken wir gleich mal dass wir auf die nächste stage gehen und zusehen dass wir die schwindigkeit rausholen mit unseren nächsten zwei triebwerken wir sind jetzt bei etwas mehr als 700 delta wie und ich mache direkt auch mal das fairing auf um uns von dem gewicht zu befreien wir sind mich eigentlich hoch genug dass das jetzt vom luftwiderstand her kein problem mehr sein sollte so und jetzt müssen wir mal gucken ich glaube wir sind ein bisschen knapp unterwegs mit unserer mit unserem schubgewichtsverhältnis das heißt ich muss wahrscheinlich ein bisschen steiler raus aber mal gucken ob es so funktioniert probieren das trotzdem mal wie sie es entwickelt und lassen das jetzt erst mal einfach ganz gemütlich ausbrennen wir haben noch knappe 700 delta wie auf der kiste drauf die apopsis kommt auch nur sehr langsam näher bzw jetzt eigentlich schon gar nicht mehr das heißt es sieht gut aus dass wir mit der kiste so fliegen können das heißt ich gehe jetzt mit der nase sogar noch ein bisschen tiefer auf die 40 grad dadurch beginnt die apopsis natürlich wieder an uns rand zu wandern aber im großen und ganzen sieht das gut aus dass man das so fliegen kann hätte man auch ein bisschen steiler erst mal nach oben noch fliegen können ist aber so auch in ordnung okay also rakete fliegt wir bleiben auf den 40 grad und das müsste sich hier jeden moment auch wieder fangen dass die apopsis uns näher kommen will denn wir bauen immer mehr geschwindigkeit auf und auch immer mehr höhe sind mittlerweile bei 50 kilometer das ist auch schon mal ganz gut und haben jetzt noch knappe 300 delta wie in dieser stufe drin bevor wir gleich beginnen mit unserer kleinen stage zu fliegen und jetzt lasse ich ihn bewusst mal auf dieser gradzahl damit er einfach ein bisschen die höhe noch macht mit dem triebwerk solange wir das noch nicht komplett brauchen denn die nächste stage wird noch mal ein ganz kleines bisschen weniger leistung am anfang haben das heißt wir gewinnen ein bisschen zeit um noch geschwindigkeit zu holen das heißt ich orientiere mich hier weiterhin auf der 40 grad linie einfach da wo die mauszeige gerade bin seht ihr das und warte jetzt eigentlich auf den burnout dieses triebwerks und gehe auf unsere finale stage was das triebwerk angeht zumindest da seht ihr jetzt die ist natürlich ein bisschen schwächer ausgestattet mit was den schub angeht wir sind aber mittlerweile relativ gut unterwegs haben 1400 meter pro sekunde an umlauf geschwindigkeit und haben jetzt immer noch 30 sekunden zeit bis zur apoapsis mit der 40 grad neigung können wir die auch ganz gut halten und haben schon knappe 60 km höhe ihr könnt jetzt beginnen wenn ihr so die 1500 1600 meter pro sekunde erreicht habt können wir dann langsam beginnen auch dann gleich mal ein bisschen runter zu pitchen also quasi den orbit noch flacher zu fliegen es schadet aber nicht dass das jetzt noch ein bisschen stärker angestellt ist wir haben sehr sehr gute schubreserven also wir werden für die gesamte reise zum moon so ungefähr hin und zurück sagen wir mal nicht ganz 3000 delta wie brauchen und das heißt alles was da jetzt oben drüber noch geht das ist überhaupt nicht schlimm wenn wir das hier jetzt gerade beim start und orbit zirkularisieren verbrennen genau also jetzt wenn wir wie gesagt so die 1006 natürlich brochen haben können wir langsam ein bisschen flacher pitchen weil es mehr um geschwindigkeit geht als um höhen wir sind auch fast aus der atmosphäre raus mit 70 also hier hinten sind wir bei den 70 km wir selber sind jetzt nicht ganz bei den 70 km aber ihr seht jetzt reicht auch dieses triebwerk mittlerweile völlig aus um uns ganz gut auf kurs zu halten so jetzt ist welt alle angesagt ihr hört es und ich gehe noch ein bisschen tiefer mit der nase damit wir jetzt auf 10 grad unsere orbital geschwindigkeit fertig machen so und dann sollten wir jeden moment wenn wir ein bisschen rausscrollen also bei 2200 meter pro sekunde wird das der fall sein dass wir dann in einen orbit einschwenken so wie wir es auch schon vorher hatten hier diese zeit zur apro abs das könnt ihr damit kontrollieren dass wenn ihr seht die baut sich sehr stark auf könnt ihr flacher gehen wenn ihr seht sie kommt euch sehr sehr nahe dann könnt ihr ein bisschen steiler fliegen also mehr in diese richtung gehen um sie vor euch herzutreiben und nicht wieder in die atmosphäre zurückzufallen weil letztendlich wenn ihr über den ap punkt drüber seid beginnt ihr natürlich in eurer parabel wieder auf körben zurückzufallen und das wollt ihr im regelfall nicht weil es halt schlicht und ergreifend euer raumschiff wieder abbremst so ich gehe jetzt noch auf knappe 5 grad pitch wir sind bei fast 2200 metern pro sekunde angekommen da seht ihr jetzt auch relativ schnell unsere umlaufbahn streckt sich das kennt ihr aber auch schon von unserem orbit flug oder auch von unserem moon vorbeiflug also keine keine großen neuen geheimnisse und jetzt gibt es gleich einen großen schwung wir kriegen unsere periopsis und unsere apro abs das beginnt sich relativ schnell um den planeten zu drehen die tauschen sich aus und schwupp sind wir im orbit ich lasse das jetzt so lange laufen dass unsere periopsis auch über 70 kilometer ist und gut ist es damit haben wir jetzt noch 3200 delta wie übrig alles super entspannt damit können wir locker zum moon fliegen und damit heißt es jetzt als ziel setzen und es gilt wieder diese lustigen so ungefähr viertel orbit achtel orbit ungefähr irgendwo da so den moon abzufangen vielleicht vielleicht können wir es ganz kurzfristig machen wenn euch das zu hektisch wird macht ihr einfach noch ein orbit also beziehungsweise heißt das ja nicht automatisch dass ihr ihn so getroffen habt ihr seht wir haben hier direkt einen relativ guten treffer in einigen wenigen sekunden wir müssen auch gleich das brennen anfangen ich glaube wir nehmen den einfach so dass doch das doch ein schöner übergang wir können einfach direkt weiter fliegen das heißt wir zünden direkt wieder unser triebwerk und fliegen weiter richtung nun genau da kriegt ihr diesen blauen marker eventuell habt ihr natürlich noch irgendwie einen halben dreiviertel oder einen ganzen orbit den ihr nochmal dazwischen packt und dann damit eure kiste abbremsen könnt gut abbremsen beschleunigen könnt natürlich um himmels willen so das ganze dauert jetzt einen kurzen moment ihr seht eine minute 44 insgesamt schubzeit weil wir natürlich mit einem relativ effizienten triebwerk fliegen das hat eine hohe effizienz aber wenig leistung das heißt lange brennzeit wenn ihr mit ein bisschen mehr puffer unterwegs seid ist das auch nicht schlimm und was passiert natürlich unsere apoapsis drückt jetzt die ganze zeit nach außen und wir werden nachher in einem 500 kilometer höhe vorbeiflug am moon entlang kommen und dort gucken dass wir unsere landung zustande bringen worauf ihr dabei achten solltet ist überschießt nicht zu sehr guter indikator ist immer wenn euch der dann danach dieser prognostizierte orbit rausschießt aus dem kürbensystem dann könnt ihr vielleicht auch einfach ein bisschen weniger gas geben und guckt dass ihr einen periapsis habt also null meter bringt null meter hat den vorteil ihr spart sehr viel sprit beim bremsen am moon der nachteil ist ihr geht halt drauf einfach weil ihr eine sogenannte lito break verführt eine lito break ist wenn euer kurs auf dem moon endet lito steht in diesem fall für stein bzw fels und den rest könnt ihr euch sicherlich herleiten was das ungefähr bedeutet so wenn jetzt der ganze part fast durch ist gehe ich mit steuerung ein bisschen runter mit dem schub also ich nehme den schub jetzt hier auf ein minimum runter damit ich relativ exakt noch nach korrigieren kann und sehe okay da kommt mein kurs rein und ich nehme den jetzt ruhig noch ein bisschen näher weil ich gerne schon mal in tieferen orbit einschwenken will und wenn das gerade so gut klappt warum denn nicht ansonsten lasst ihn halt einfach so wie es ist ich persönlich gehe jetzt mal für unseren anflug auf eine orbit höhe von 20 kilometer runter weil wir so oder so landen wollen so und da werden wir dann bremsen und unsere mondlandung ansetzen oder unsere mundlandung so wie ihr seht haben wir jetzt noch 485 delta wie davon werden wir ungefähr 300 dann noch bei der bremsung in den orbit verbrauchen und den rest in der landung das heißt was jetzt passiert ist dadurch dass wir relativ viel von dem treibstoff aus diesen gondeln verbraucht haben für für den carbon orbit noch werden wir wahrscheinlich mit leeren gondeln landen das ist nicht schlimm lasst die aber bitte auf jeden fall noch dran weil da sind eure landebeine dran bis ihr wieder startet vom moon nur um es vorher mal gesagt zu haben nicht wenn der treibstoff hier als leer angezeigt wird dann fliegen wir natürlich noch mit diesem treibstoff weiter also das ding fliegt immer noch bitte staget nicht eure landebeine weg okay danke danke so was man jetzt noch machen könnte wäre hier die antenne ausklappen ich glaube ich habe in meiner genialität eine gesamte eine leichte überlappung hergestellt aber es scheint zu gehen vom clipping her wird später besser aussehen ich klappe sie aber erstmal wieder ein weil ich habe im moment noch nichts zu funken das ermöglicht euch aber dass ihr sowas wie q berichte sowas wie eva reports natürlich nach hause senden könnt so lange rede kurzer sinn wir hauen jetzt mal den zeitraffer rein und zwar klicken wir einfach mal an die stelle wo es für uns interessant wird ich sag mal so kurz vorher also da könnt ihr jederzeit da wurde ich übrigens auch also danke auch noch mal für alle kommentare in den tutorials auch von denen von euch die schon ein bisschen mehr kürbel space programm spielen ihr seht ich versuche die auch einzubauen diese dinge die ihr erwähnt ins tutorial denn schließlich bin ich auch nicht perfekt und was ich bisher noch nicht erwähnt hatte ich hatte es mit zum manöverspringen schon mal gezeigt aber was natürlich auch geht ihr könnt auf euren prognostizierten kurs irgendwo hin klicken und hierher vorspulen drücken dann müsst ihr mit dem zeitraffer nicht wild hin und her klicken mit punkt und komma und tralala wie ich euch das bisher immer gezeigt habe sondern ihr fahrt dann einfach ganz gemütlich an diese stelle und der zeitraffer wird dort beendet eine zusätzliche information ihr könnt mit bindestrich darauf bin ich hingewiesen worden das wusste ich auch tatsächlich selber noch nicht weil ich diese taste noch nie benutzt habe mit bindestrich könnt ihr auch jederzeit komplett hart aus dem zeitraffer rausgehen und ihn auf null setzen das heißt wenn ich jetzt zum beispiel mal auf zehnfach zeitraffer gehe wurde mir gesagt mit bindestrich geht das und ich wurde betrogen seht ihr das ich wurde betrogen ich nehme das wieder zurück mit dem bindestrich wie auch immer das kommentiert hat unrecht zumindest nicht auf meiner tastatur so alles klar jetzt werden wir hier ein manöver machen um zu bremsen ihr könnt das ihr könnt das einplan oder ihr könnt das einfach fliegen das ist so ein bisschen gehüpfige sprung am anfang macht es wahrscheinlich sinn wenn ihr es einplant und was ihr wollt ist ein orbit der euch so ungefähr auf 2020 bringt also 20 km hat 20 km und ihr seht meine 300 delta wie die ich angemerkt habe sind auch immer schon mit einem gewissen puffer also diese delta wie maps wenn ihr eine sucht und nicht wisst was eine delta wie map ist guckt bitte in dem video kommentar da ist ein link zu einer delta wie map das funktioniert wie so eine straßenbank karte wäre natürlich jetzt nicht auf seine stadt kommt pech ihr müsst lernen wie man straßen oder u-bahn karten lernt liest meine güte was habe ich denn heute für sprachfehler so also den könnt ihr euch einplanen und ihr kriegt dann wieder das schöne blaue manöver dass ihr gleich machen könnt und das ist in zehn minuten der fall mit dem werden wir uns erstmal so wie uns bei körben in einen park orbit begeben haben um zum moon zu fliegen werden uns hier in einen park orbit begeben um uns ein schönes landeziel auszusuchen ich werde natürlich jetzt was aussuchen was ich mir halt jetzt aussuche für unsere mission achtung wichtiger hinweis ihr dürft woanders landen okay also es funktioniert auch an anderen stellen nicht an allen an manchen ist es ein bisschen schwieriger manchen ist es ein bisschen einfacher aber letzten endes funktioniert es an mehreren stellen so denkt daran wenn ihr wie ich verschiedene missionen angenommen habt zum beispiel was ich jetzt schon verplant habe das kann ich aber noch auf dem rückweg machen ist wissenschaftsdaten aus dem weltraum umkörben aber wissenschaftsdaten aus dem weltraum um die moon das können wir jetzt schon mal machen nämlich können wir ganz below ein crewbericht nehmen und den direkt mal nach hause schicken jetzt seht ihr klappt unsere antenne auf die wird hochgefunkt und ein crewbericht kann eben das seht ihr immer das hätte ich euch vielleicht auch mal zeigen sollen es gibt immer hier diesen bergung das ist der grüne balken und es gibt den übertragung das ist der blaue balken und der ist bei einem crewbericht zum beispiel ohne verlust das heißt ihr kriegt die gleichen wissenschaftspunkte wenn ihr den nach hause bringt wie wenn ihr den funkt das gilt nicht für alle sachen das gilt zum beispiel nicht jetzt gucken wir mal ob wir das hier schon hatten mysteriösen schleim seht ihr wir würden noch 4,6 wissenschaftspunkte bekommen wenn wir den nochmal mit nach hause bringen aber wir würden nichts mehr bekommen wenn wir das per funk übertragen weil wir das schon mal getan haben und der dann nicht mehr so viel wert ist so jetzt haben wir diesen auftrag nämlich auch schon abgeschlossen kassieren die kohle dafür und denkt da einfach bitte dran wenn ihr noch zusätzliche sachen habt sowas wie mein td12 dekabler den ich seit langer langer zeit ignoriere macht das auch wirklich damit ihr diese sachen bekommt gut jetzt sind wir noch acht minuten entfernt ich hau ein bisschen zeitraffer rein damit mit valentina das auch noch schafft bevor sie narkolepsie bekommt und wir können dann bremsen lasst euch nicht davon einschüchtern wenn ihr das erste mal nachher auch knapp über den moon fliegt lasst euch nicht davon einschüchtern dass das so aussieht als ob ihr ganz schnell seid und gleich irgendwo gegen knallt es ist alles gut wir sind immer noch 40 vertraut diesen zahlen wir sind 40 kilometer hoch alles ist wirklich wirklich total super okay ihr müsst euch keine sorgen machen unsere schubzeit wird 28 sekunden betragen also wieder ungefähr bei minus 12 minus 10 bis 12 sekunden werde ich es anschmeißen damit wir unsere unsere unseren schub ungefähr um das manöver verteilen so ich mach mal über 15 zack los geht's das dauert einen kurzen moment macht uns jetzt wieder langsamer und sorgt erstmal dafür dass wir nicht wieder zurück in eine körpern umlaufbahn geraten sondern dass wir jetzt erstmal in einer umlaufbahn bleiben und uns überlegen können wo wir als nächstes landen wollen so ich glaube ich weiß schon wo ich landen werde aber das dürft ihr auch wie gesagt anders entscheiden so zack triebwerk aus wenn es ungefähr habt hier mit 20 zu 22 kilometer das ist völlig in ordnung und wir haben jetzt noch ein paar hundert delta wie in unsere also ein paar hundert meter pro sekunde 202 um genau zu sein meter pro sekunde in unserem tank ihr seht wir haben 543 meter pro sekunde umlaufgeschwindigkeit und was wir jetzt machen werden ist uns einen punkt aus wo wir landen was natürlich sehr markant ist der große krater das heißt wir werden jetzt mal gucken dass wir irgendwo am kraterrand vielleicht gehen wir hier in dieses große basal rein genau was ihr jetzt vorbereiten könnt ist eigentlich unser lande manöver könnt euch jetzt aussuchen mit einem manöver wo wollt ihr eigentlich hin das prognostiziert ihr jetzt erstmal so in diese richtung zack und könnt dann ungefähr sehen so passt das ich persönlich bin großer freund davon wenn ich hier landen will etwas zu overshooten also ein bisschen drüber zu gehen denn wir werden nachher nochmal bremsen und dieses bremsen wird natürlich dazu führen dass unser kurs auch noch ein bisschen kürzer wird und da wir nicht möchten dass wir dann irgendwie viel zu knapp reinkommen guckt ruhig dass ihr ein bisschen overshootet das ganze wird ein bisschen kürzer nachher noch so lange rede wieder mal wir fahren jetzt einmal um den mund rum was wir noch gucken können jetzt können wir schauen ich wollte ja noch überprüfen ob ich hier schon misteriösen schleim gemacht habe ja habe ich schon das heißt wir behalten den erstmal vielleicht können wir den auch nun noch irgendwie verwenden wir sind nämlich eigentlich ganz luxuriös unterwegs weil das dürfte eine biome grenze sein ob wir da nicht irgendwie noch mal einen kleinen hoppen machen können das entscheide ich aber nach der landung wie es mit unserem treibstoff aussieht so gut also zeitraffer weiter geht's an die manöver grenze ran wir haben noch ein bisschen zeit bzw könnt ihr natürlich auch wieder sagen wenn euch das alles zu lange dauert hier einfach zum nächsten manöver da wird euch immer eine minute vor dem manöver rauslassen gerade für manöver mit acht sekunden ist das natürlich sehr sehr entspannt und ihr müsst euch nicht irgendwie mit den punktkommastricht tasten beschäftigen um um eure manöver da euer zeitraffer manuell zu steuern so wenn wir jetzt gleich aus dem time warp wieder rausfallen dann heißt es natürlich den blauen pfeil folgen in richtung unseres manövers damit wir schon mal ausgerichtet sind überraschenderweise ist das natürlich sehr sehr deckungsgleich mit dem retrograden marker so und das schöne ist jetzt übrigens wenn uns diese treibstoff tanks hier alle gehen ist es so dass wir dadurch dass das triebwerk ja an einem weiteren treibstoff tank der jetzt noch voll ist dran ist müssen wir uns keine sorgen machen so wir bereiten jetzt ein paar sachen vor wir haben noch ein bisschen zeit drückt bitte auf die fahrwerk aktionsgruppe das ganze kann man übrigens auch mit der taste g wie g das ist das englische wort für fahrwerk aktivieren und deaktivieren und fahrt jetzt das fahrwerk aus wenn ihr das erste mal auf dem moon landet seid ihr umso jede sache froh die ihr nicht nochmal machen müsst ihr könnt auch jetzt mit diesem schalter oder dem schalter ist es genau u licht an und ausschalten und dann seid ihr schon mal ganz gut vorbereitet also macht das licht an fahrt das fahrwerk aus und dann heißt es bremsen so wir brennen jetzt 86 meter pro sekunde weg das ganze nimmt uns quasi genug geschwindigkeit raus dass wir jetzt in eine suborbitale flugbahn auf dem moon gehen und beginnen quasi abzustürzen so wir sind jetzt nämlich auch das erste mal in einen suborbitalen raumflug über moon übergegangen das heißt wir könnten jetzt noch was dagegen tun indem wir wieder gas geben aber wir wollen ja ungefähr dort landen und deshalb werden wir auch ungefähr dort unsere landung anstreben das ganze ist jetzt ein bisschen ohne weitere indikatoren relativ naja schwierig sage ich mal einzuschätzen das heißt geht vorsichtig an die sache ran es gibt eine sehr ideale landungsweise das habt ihr vielleicht schon mal gesehen bei spacex nennen sie das hoverslams hier im spiel wird es oft suicide burns genannt das heißt die ideale landung ist natürlich wenn man das triebwerk in dem moment zündet wo es genau bis zum aufsetzen brennt das ist nicht so einfach zu berechnen vor allen dingen ohne irgendwelche mods die es einem anzeigen ist es super unangenehm zu fliegen und man fühlt sie es heißt nicht umsonst suicide burn okay die wichtigen dinge die ihr jetzt wissen müsst ist einfach der retrograd marker also dieser hier ist euer ganz großer freund die einstellung auf oberfläche ist euer großer freund das sind die zwei werte die ihr haben wollt und ihr solltet lieber etwas zu vorsichtig fliegen als zu rabiat okay also was können wir jetzt machen im prinzip können wir erstmal ein bisschen warten wir entfernen uns immer mehr von unserer apoapsis und beginnen dabei natürlich zu beschleunigen denn wir tauschen unsere höhen energie jetzt natürlich durch geschwindigkeit also in geschwindigkeit um also unsere potenzielle kinetische energie wandelt sich jetzt in kinetische energie nämlich wir werden schneller wir fallen halt runter um es ganz einfach zu halten und man kann das wenn man ein bisschen pipi in den augen hat und das empfehle ich bei den ersten mundanlungen sehr kann man das ein bisschen ja ein bisschen entspannen den anflug und zwar was sie tun könnt wenn ihr hier oben diesen pinnübel seht dann steht ihr quasi aufrecht über dem moon ich zeige euch das jetzt mal dann stehen wir quasi aufrecht zur oberfläche würden jetzt also einfach höher nehmen und ein bisschen schweben würden wir rein in diese richtung bremsen bremsen wir unsere flugrichtung aber warum nicht beides wir können nämlich so ungefähr in die mitte gehen und jetzt empfehle ich euch mal die karte aufzumachen und beobachtet mal hier die stelle wo unser kurs endet und was mit der apoapsis passiert ich nehme jetzt mal ein bisschen schub rein ich bin halt so ungefähr mittig dazwischen und kann jetzt mit dem schub so ein bisschen spielen ihr seht das ding bewegt sich minimal nach hier außen das ist relativ gut aber unsere apoapsis kommt schon mal rein also der höchste punkt von dem wir gefallen sind laut der kursberechnung und ihr seht wir werden dabei schon mal deutlich langsamer bleiben aber ungefähr im gleichen sektor wenn ihr mehr in richtung dieses punktes geht korrigiert ihr den mehr nach hier also in flug richtung wenn ihr mehr nach unten geht beginnt ihr ihn zurück zu korrigieren das heißt man kann damit auch noch mal sein landegebiet weiter eingrenzen aber wofür das jetzt vor allen dingen gut ist dieser kleine zwischenbremse ist halt einfach um schon mal geschwindigkeit aus eurem kontrollierten absturz den wir landung nennen herauszunehmen und damit nicht mehr ganz so schnell zu sein lasst die apoapsis auf jeden fall hinter euch weil sonst ist es wirklich eine massive spritverschwendung so dass ihr da sicher sein könnt dass ihr auf jeden fall nicht wieder beginnt zu steigen weil dann nehmt ihr nochmal neuen schwung auf das ist auch unsinn und solche kleinen zwischenbremse könnt ihr so machen wie ihr euch glücklich fühlt ich habe jetzt mal einen gemacht ich denke ich werde gleich noch einen zweiten hier auf der höhe machen einfach um uns langsam ran zu führen ihr dürft später gerne schneller und effizienter landen und wenn ihr das unbedingt probieren wollt dürfte das auch gerne bei euren ersten budenlandung machen aber wenn ihr das tun wollen jetzt kommt der ganz wichtige part dann drückt ihr jetzt f5 das ist nämlich jetzt schnell speichern das habt ihr oben gesehen wir haben jetzt ein save point angelegt zu dem wir zurück springen können mit der taste f9 wenn es schief gegangen ist das heißt probiert das gerne aber speichert unbedingt vorher ab okay weil am anfang verschätzt man sich unheimlich schnell und gerade auch mit dem raumschiff was man noch nicht so oft gelandet hat das geht mir jetzt genauso wie euch ist das halt relativ schwierig so wir nähern uns jetzt das seht ihr hier auch hier ist noch der schwarze der schwarze rand des kraters das macht ihr aber bitte nur wenn ihr sehr routiniert zeit so wir können jetzt nämlich schon mal auf 30 grad gehen also so eine leichte neigung reinbringen und ich habe jetzt schon mal ganz kurz relativ viel schub rein um ihr seht ich halte das noch relativ stabil auf der stelle wo wir sind sie jetzt aber die apos ist noch mal ganz weit runter und wir entschleunigen das raumschiff jetzt schon mal auf gute 250 meter pro sekunde das ist wieder ein stück weit angenehmer als vorher und macht die landung wieder ein stück einfacher so ihr seht wir sind hier auch relativ weit runter gebrannt hier nicht so hier ist noch einiges an treibstoff drin hoffentlich natürlich deutlich mehr als 55 meter pro sekunde das ist jetzt gerade von der anzeige her etwas schwierig weil er von anderen dingen ausgeht die wir tun okay wir sehen noch nicht so ganz unseren krater da hinten zu dem wir wollen und wir beschleunigen jetzt natürlich auch wieder und ich würde sagen wir können jetzt mal auch guck mal ein bogen das doch schön was spannendes gefunden ich wusste dass hier irgendwo biome ist aber ich habe nicht gedacht dass ich es tatsächlich direkt treffe so ich würde sagen wir setzen jetzt mal hier zur landung an und probieren das da anzupeilen das heißt wir gehen jetzt einfach retrograd und beginnen zu bremsen und zwar kräftig ich gehe jetzt ein bisschen höher über retrograd drüber damit wir einfach gucken dass wir hier jetzt drinnen bleiben zack so apos ist darf uns nicht überholen und jetzt ist es eigentlich unser retrograd markas ist vor allen dingen eine seitliche bewegung die wir noch ausgleichen müssen und die werden wir uns jetzt gleich zu gemüte führen indem wir einfach auf diesen marken aufgehen und jetzt schon mal gucken wenn wir so ungefähr auf höhe unseres bogens da sind ein bisschen geht noch haben noch 9400 meter höhe wie gesagt das ist so ein bisschen es ist wichtig dass er den quicksafe macht weil es ist am anfang ein bisschen fummelei und rausfinden so ich gehe jetzt mal nochmal deutlich in die eisen auch um unsere seitliche bewegung schon mal zu reduzieren das sieht auch ganz gut aus wir haben im moment eine trust weight ratio von also eine geschwindigkeitsverhältnis von 7,01 das heißt wir können wirklich sehr stark bremsen wenn es darauf ankommt aber achtet darauf dass eure geschwindigkeit einfach nicht zu hoch wird und ich sage es euch jetzt einfach mal bevor der erste crash stattfindet ich habe bei meiner ersten moon landung auch echt viele anläufe gebraucht okay ich mache das einfach schon ein bisschen länger deshalb klappt es mittlerweile seid nicht frustriert wenn es nicht beim ersten mal klappt das ist völlig normal und es ist noch kein kürbelmeister vom himmel gefallen so man kann das dann auch ein bisschen runterziehen also ich lasse jetzt langsam das triebwert mittel laufen während ich zu boden gehe das sieht glaube ich ganz gut aus ich mache es jetzt noch mal aus um nicht zu viel sprit zu verbrennen genau macht euch auch nicht so viel sorgen wenn hier nur noch so wenig triebstoff triebstoff genau der triebstoff wir sollten das nicht verwechseln mit dem treibstoff denn das andere ist ein triebwerk drin ist denn da geht noch einiges so und dann lasst euch nicht zu sehr durchsacken ich würde jetzt sagen ich bin jetzt an dem punkt wo mein persönlicher also man kann noch viel tiefer an suicide burn beginnen aber mein persönlicher toleranzhorizont ist an angst überschritten das heißt ich beginne schon mal ein bisschen gegen zu bremsen um es unter kontrolle zu halten und wir werden jetzt vorsichtig diesem oberflächenmarker folgen und unsere geschwindigkeit währenddessen ihr könnt einfach mit shift oder steuerung mehr oder weniger schub geben achtet darauf dass ihr auf jeden fall sinkt das wäre relativ wichtig also es sollte nicht negativ werden und wenn ihr eure lampen brav angemacht habt werdet ihr auch ab einem gewissen höhen level hoffentlich ein bisschen das licht erkennen können euer schatten kommt auch tagsüber das zeigt euch auch schon mal das gibt euch so eine erste referenz wie weit ihr es eigentlich noch zum boden habt verlasst euch nicht zu sehr auf den hier es gibt auch berge auf dem nun und dann guckt dass ihr bei der landung auf jeden fall so unter die fünf meter pro sekunde kommt also schön langsam jetzt seht ihr hier die lichtkegel auch wie sie zueinander kommen weil wir immer tiefer gehen und schön langsam gegensteuern der marker wird mittig gehen wenn ihr zu viel schub gebt dann geht er nach oben dann bleibt einfach gerade ausgerichtet und nehmt schub raus und ich nehme jetzt noch ein bisschen mehr raus und noch ein bisschen mehr raus und wir lassen uns ganz 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 langsam mit 1,3 1,2 meter pro sekunde fallen und dann macht einfach das triebwerk aus und hofft dass ihr nicht umkippt da könnt ihr ein bisschen gegensteuern wenn sowas passieren sollte ich bin jetzt an der der wand gelandet also achtet hier unten auf den navball versucht eure spitze auszurichten auf die mitte voila moonlandung und da hinten ist sogar irgendwas spannendes das können wir uns gleich mal angucken vielleicht ist das erreichbar mit unserem mit unserem raketenrucksack aber so sieht unsere erste moonlandung aus und das erste was ihr tut wenn ihr erfolgreich gelandet seid ist ihr drückt nochmal f5 damit ihr das auf jeden fall nicht mehr versaut und herzlichen glückwunsch wir haben hiermit unsere erste moonlandung erfüllt und ich würde sagen in der nächsten folge gucken wir uns mal an wie man hier alles erforscht und wie wir den weg zurück nach hause finden vielen dank fürs zuschauen mein name ist robert und tschüss tschüss